Guten Tag, meine lieben Schüler und Schülerinnen, ich vermisse euch sehr. Ich bin Frau Sarah. Das ist die elfte Stunde. Drei Grundstufe. Lektion zwei. Was machst du egal? Und hier ist die Antwort. Wenn ich frage, was machst du gern? Ich antworte, ich spiele gern. Dann gibt es ein Name. Ich, dann, das Wort, spiele. Und das Wort beendet mit e. Dann, gern, dann, Name. Es gibt viele Namen, kommen mit, werden, spiele oder spielen. Hier ist es für die Namen. Computer. Gitarre. Karten. Verstecken. Klavier. Domino. Lego. Lego. Fußball. Flöte. Es gibt hier viele Namen, kommen mit Verbspielen. Ich kann sagen, ich spiele gern Computer. Ich spiele gern Gitarre. Ich spiele gern Karten. Und so weiter. Wir können das alles gut lernen. Aber wir können auch die Artikel wissen und gewünscht lernen. Wenn ich sage, ich spiele gern, ich sage den Namen ohne Artikel. Ich spiele gern Computer. Nicht, ich spiele gern der Computer. Nein. Ich spiele gern Gitarre. Ohne Artikel. Nicht, ich spiele gern die Gitarre. Nein. Ich spiele gern Karten. Ohne Artikel. Nicht, ich spiele gern die Karten, weil ich den Satz sage. Ich sage den Namen ohne Artikel. Ich spiele gern Computer, Gitarre, Karten, Verstecken. Aber wir müssen das alles lernen mit Artikeln. Es gibt hier drei Namen. Kommt immer mit der. Der Fußball. Der Lego. Der Computer. Und es gibt vier Namen. Kommt immer mit das. Das Fangen. Das Verstecken. Das Jüte. Nein. Das Domino. Das Klavier. Die Flüte. Kommt immer mit die. Die Flüte. Drei Namen. Kommt immer mit in die. Die Flüte. Die Flüte. Die Gitarre. Die Gitarre. Und die Karten. Die Karten. Die Karten. Aber wenn ich den Satz sage. Ich spiele gern Namen ohne Artikel. Früchtecken. Flavia. Domino. Und so weiter. Und hier. Es gibt eine Übung. Auf Seite. Die 130. Und nach 130. Im Begleit. Wir können diese Sätze schreiben. Was machst du gern? Ich spiele gern Namen ohne Artikel. Und hier sind die Antworten. Ich spiele gern Lego. Nicht. Ich spiele gern der Lego. Lego. Ich spiele gern Domino. Ich spiele gern Karten. Ich spiele gern Klavier. Ich spiele gern Gitarre. Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Computer. Ich spiele gern Verstecken. Und hier ist es Buchen in unserem Buch. Seite 18 Kurzbuch. Es gibt hier Tina, Anna und die Bello. Sie sprechen miteinander. Huchte zu, bitte. Lektion 2 Ich höre gern Musik. Heute ist Sonntag. Anna und Benno spielen zusammen. Auch Tina ist da. Sag mal, Anna, was machst du gern? Ich male gern. Und ich bastel gern. Hier, mein Origami-Vogel. Wow, toll. Und du, Benno? Ich spiele gern Computer und Lego. Und ich spiele gern Fußball. Hör zu und sprich nach. Und hier kommt zu Ende. Es gibt hier ein Gespräch zwischen Anna, Benno und Tina. Sie sprechen miteinander und Tina fragt, Was machst du gern? Anna antwortet, Ich antwortet, Ich male gern. Und ich bastel gern. Hier ist mein Origami-Vogel. Anna malt gern und bastelt gern. Und sie macht ein Vogel mit Papier. Und hier Benno antwortet, Ich spiele gern Computer und Lego und ich spiele gern Fußball. Aber Benno macht jetzt, was macht Benno jetzt? Er spielt Lego. Und hier ist Tina fragt, Anna und Benno. Diese Seite, es ist Seite 9, 10 und kurz hoch. Anna, Tina, Benno gehen in den Hof und sie hören Musik. Aber wer spielt hier? Sie hören Musik. Wer spielt Musik? Hoch dazu, bitte. Anna, Tina und Benno gehen in den Hof. Sie hören Musik. Aber wer spielt hier? Hallo Grazia, was machst du da? Ich spiele Flöte. Wow, toll. Ich spiele gerne Flöte und ich singe gern. Ich höre gern Musik. Typisch Mädchen. Und hier, die Kinder hören Musik und sie trefft Grazia. Das ist Benno, das ist Anna und das ist Tina und das ist Grazia. Grazia sagt, ich spiele Flöte. Ich spiele gern Flöte und ich singe gern. Ich höre gern Musik. Aber was macht Grazia gern? Sie macht drei Dinge. Sie spielt gern Flöte, sie singet gern und sie fucht gern Musik. Hört zu und spiel hier. Die Stunde kommt zu unserem. Wetter konzentriert. Wetter und folgt meine Videos und lerne viel. Auf Wiedersehen.